moin moin meine freunde herzlich willkommen zur täglichen liga tag 5 der dritten season gestern war leider katastrophal ich hoffe dass heute besser wird viel spaß das ist gar nicht so scheiße das ist wirklich ausnahmsweise gar nicht so scheiße noch eine mauer wir müssen sie trotzdem setzen schaust du auch boah schad swaps haben wir noch zwei goblins mit schad lohnt sich nicht schad trug lieber aufbewahren wir müssen auf jeden fall ein bisschen aufräumen ist die sache ich glaube ich so habe die goblins zusammen reicht nicht ja bogey ist weg und dann ein baba müsste reichen reicht natürlich nicht dann machen wir goblins noch einen einzelnen boah wir haben noch etliche truppen ich glaube wir gönnen uns die feuerbälle jetzt triggern wir mit einem goblin den tesla und knallen die feuerbälle raus die bringt sie nur am anfang rakete save war jetzt ganz geil für den anfang die feuerbälle direkt mauern mit zerstören zack zwei pecker schmecken wir nehmen die baps und den rest gleich mit einzelnen truppen beziehungsweise doppelte bogey kombi oder so ein kram naja tesla wird getriggert na recht nicht ganz scheiße scheiß drauf irgendwann haben wir die mauer so noch weg das war der plan wir nehmen baps scheiß drauf erstmal würde ich jetzt einen tesla gerne noch triggern problem boah wir können den pecker nicht sterben lassen wir müssen die beiden tauschen netznacks ich ja klar ich streame immer täglich dicker so perfekt moin moin ferdi rockets auf jeden fall solo bogey tesla wieder da perfekt oh nein scheiße scheiße das fickt mit dem pecker ja uns bleibt nichts anderes übrig ja das hätte ich auch nicht der pecker das hätte ich ja gar nicht gefüllt wir müssen die jetzt gleich auch mal setzen magier da sind sie oh beste einheit goblins einfach gucken was wir kriegen charge haben wir noch zwei nehmen wir zwei swaps dabei na gönnen wir uns die stage einfach mit pecker würde ich sagen der bogeyturm bleibt zwei über aber ist nicht ganz schlimm den kriegen wir mit einzelnen goblins weg jetzt wird es zeit für ein paar rage bubs nix aber scheiß drauf magier wir knallen die mauern oben schon mal mit weg wir müssen wir müssen den schmutz los werden wir müssen einfach aufräumen ich hau die bogeys jetzt raus der eine bab stirbt der andere ist aber gewaged dicker der stirbt mir nicht weg so Tesla ah der eine Tesla haut jetzt ab scheiße an dem hab ich nicht gedacht aber die anderen ist alles nicht smart alter was wir hier machen was ich hier mache ich hau die Tesla erstmal ab triggern 8 stages ja das wäre echt schade dann sind wir diese woche wirklich so schlecht wie noch nie alter das ist alles schlecht gerade ich glaube wir müssen die stage wir sind gezwungen die stage einfach mit Raketen zu beenden aber was müssen wir machen wir brauchen Truppen wir brauchen aber geile Truppen oh ja save magier ich glaube das ist smarter da kommen die Prinzen auch mal weg zack nicht ganz wir brauchen auf jeden Fall weiter magier wir brauchen 100% magier sonst haben wir ein Problem wobei eine zweite Einheit eigentlich nicht verkehrt wäre die Sache ist wir können den Tesla nicht triggern aber dafür machen wir ein Truppengebäude das ist scheiße das ist absoluter Overkill aber nützt nix bitte lass uns gleich nochmal irgendwie was geiles kriegen ja GG Overkill des Todes was soll ich denn mit Babs Swap zum entzerren hätte ich mir absolut sparen können die Babs aber eh scheiße sieben magier muss ich machen absolut ätzend jetzt gönnt nochmal was mit Flächenschaden ah Pekka haben wir zumindest nochmal drei Gebäude kaputt egal die Stage kriegen wir locker noch gecleared vielleicht hier und da nicht ganz so smart gespielt chat wir müssen die Goblins nehmen Digga alles angemacht kein Sinn ist aber gar nicht so scheiße ist wirklich gar nicht mal so schlecht ich hoffe dass wir jetzt noch drei Raketen oder zwei bekommen zwei also wir halten uns gerade so über Wasser jetzt hört es aber schon auf wenn wir jetzt nicht wie eine fette Magierbombe kriegen na da hört es schon auf das war es dann für heute glaube ich neun ist okay ist wirklich okay dafür dass wir gestern so schlecht waren ich glaube dass wir morgen zur Liga keine Rage Babs mehr mitnehmen ich glaube wir nehmen morgen die die wie heißen sie ich weiß jetzt gerade nicht wie sie heißen die anderen Babs auf jeden Fall mit das ist smarter für die Liga weil in der Liga hier kommen keine Magiertürme schön dass mir das am fünften Tag mal auffällt neun ist jetzt nicht krass aber neun ist auch nicht krass schlecht das ist wirklich okay also ich zehn wäre mir lieber gewesen weil es einfach geil ist zehn Räume zu schaffen aber neun ist okay ich meine wir sind wieder mit elf Punkten in Führung das ist völlig in Ordnung und solide 15 was hat denn der für Truppen auf Level 5 und 6 und hat nur 15 geschafft lol okay mein bestes war 15 das war aber auch eine kranke Runde das war es auch schon wieder mit der täglichen Liga 46 Punkte ist solide geht noch besser aber kann man mit leben erster sind für so oder so bis morgen 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 Bis zum nächsten Mal.